Auf meiner Tour von Baden-Weiler ins Markgräfler-Land bin ich heute in Schlingen gelandet. In Schlingen, da gibt es die erste Markgräfler Winzergenossenschaft und die ist in aller Munde und groß und produziert sehr viel Wein. Unter anderem auch einen tollen Spätburgunder, so sagt man jedenfalls. Ich selbst muss gestehen, ich hab's nicht so mit den Spätburgundern, aber der hiesige Kellermeister Hannus Baumer, der will mich heute vom Gegenteil überzeugen und darauf bin ich sehr gespannt. Das nenne ich ein Rotwein. Vielleicht liegt es ja an den heiligen Hallen, dass auch mir der Spätburgunder aus Schlingen schmeckt. Ganz besonders natürlich das Mauchen der Sonnenstimm. Auf jeden Fall empfehlenswert. Auf jeden Fall! Bis zum nächsten Mal.